Hallo, was kann ich für Sie tun? Beintraining, hä? Ja, Mann. Ich vögel den Busch. Ja, auch Beine zu trainieren, die sieht man nicht im Club. Mach mal nochmal, den Busch vögeln, sieht voll lustig aus. Runter mit der Rübe! Runter mit der Rübe! Warte, vielleicht kann man, ne, auf den rauf kann man nicht. Was? Ich lauf jetzt aber auch langsamer, gell? Ja. Okay. Schon mal eine Bombe. Ich laufe mir wieder denselben Weg, hä? Lass erstmal das obere Stock wegmachen. Jo. Ist ja wie am Gehringshof hier, hä? Oh. Okay. Zivil. Äh, ich check diese Tür mal. Ich check hier mal komplett grob. Hier, hier ist nix. Okay, in dem Raum ist anscheinend niemand. Aber ich hab da ein Licht gesehen. Warst du das? Kann sein. Oder ist das vielleicht nur Grafikfehler? Okay, ich check die nächste Tür. Ich seh hier jemanden. Und hier raucht etwas. Ist das ne Zivilperson oder was ist das? Siehst du mich? Bombe entschärft. Ich glaube, ich hab hier ne Zivilpersonen-Dinger. Gut. Ist da noch ne Tür? Moment. Ähm. Ja, ich seh dich da. Ich seh dich durch die Tür. Ist ja keiner da. Okay, das haben wir schon mal. Alles klar. Gut, dann komm, dann gehen wir jetzt hier rein. Nein? War da jemand? Soweit ich weiß nicht. Ich zieh rein. Könnte frei sein. Ah, das ist dieser verschachtelte Raum. Vorsicht, da hinten. Warte, da kommt jemand. Da ist jemand. Erledigt. Kann ich auch nicht ergeben. Hier tickt ne Bombe auch. Die hab ich. Da ist ein anderer Kämpfer. Den müssen wir fesseln. Ich fessel ihn. Wir müssen den die Knarren wegnehmen, gell? Ja. Hab ich mitgenommen. Alles klar. Ich fessel nochmal den anderen. Okay. Der Raum ist gecheckt. Gut, also haben wir schon mal hier den ganzen Gang. Und hier die Tür? Guck mal. Der hier? Eine Zivilperson. Okay, gehen wir auch rein, oder? Jo, warte. Da verpisst sich jemand, da verpisst sich jemand. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Erledigt. Einen habe ich erledigt. Noch jemand? Zweiter erledigt. Eieieiei, okay. Die Frauen, die eine können wir festnehmen, den Typen hier. Ich nehme den fest. Such die Bombe. Sie sollten die schnellsten stoppen, die wissen doch gar nicht, was sie da tun. Gut, in die andere Tür mache ich den Türkeil rein. Brauchst du nicht, das ist ja Obergeschoss. Okay. Warte, ich gebe ihr Pfefferspray. Wo ist Pfefferspray? Wo ist Pfefferspray? Geh noch nicht weiter. Noch nicht weiter, Digger. Es ist ja hier der eine Gang. Hände hoch, sofort! Hände hoch, Polizei! Hände hoch, Polizei! Hände hoch, Polizei! Komm raus! Okay. Warte, ich komme dir nach, einfach. Ich habe hier noch die Waffen von dem Typen eingesammelt. Okay, oben haben wir soweit, glaube ich Hier gibt es noch zwei Türen Ja Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt, oder nicht? Wo bist du gerade eigentlich? Da ist gerade jemand verpisst Wo bist du denn? Ich bin gerade in diesem Flur In welchem? Vor dem Flur Ich bin im Flur, wo Marketing steht Ah, hier bin ich Ich bin im Flur Wo bist du denn? Da, wo die erste Bombe war Nee Da, wo das Loch ist Komm mal zurück, komm mal zurück Siehst du meinen Bildschirm? Ja Komm jetzt, wir laufen gerade nach links, 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 links Geradeaus, geradeaus Geradeaus Ja, ja, mach ich ja Da ist keiner, jetzt rechts Ich sehe meine Lampe bei dir, wo bist du denn da? Alles klar Und da hat sich gerade jemand gepisst Also der ist komplett um die Ecke einmal Rechts oder wo um die Ecke? Erledigt Hier die Bombe So, ich entschärfe sie Check Okay Die Tür müssen wir, da müssen wir nicht durch Wollen wir erst mal hier lang laufen Dann haben wir das Stockwerk Okay, das Stockwerk haben wir Runder Nee, 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 in den Türen waren wir noch nicht Klar Sicher Ja, hier ist diese Küche Und dann, nee, nee Nee Da waren wir da schon Ja Okay Dann gehen wir runter, oder was? Wir haben keine Zeit, acht Minuten, Alter Stimmt Hier ist jemand Unten links Ja, aber kein anderer Okay, jetzt sind wir Können wir entweder runter Ganz runter, oder Wir gehen erst mal hier Ja Okay Achte drauf, dass du nicht von unten erschossen wirst, ne? Ja Die Musik ist so spannend Okay, ich gebe die Rückendeckung Genau vor mir ist jemand Aha Der geht jetzt weg Warte, ich versuch den schnell umzubringen Warte Hinten ist noch einer Erledigt Okay Okay Waffen mitnehmen Warte, ich mach die Tür hinter uns zu Ich schau Ich schau Hier scheint Drei zu sein Ich schau durch die andere Ähm Hier ist niemand Was ist los? Warst du das? Ja Hier sind wir im Startraum Voll die Verschwendung gewesen Also gehen wir jetzt hier lang Ja War da jemand? Ich schau nochmal Ach komm, egal Nee Da war jemand Da war jemand Ich hab aber keine Munition mehr Ich muss nachladen Ich hab Ich ziel drauf Langsam 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 Der kommt von hinten Da ist eine Zivilistin Der kommt bestimmt von hinten Da ist eine Bombe, Digger Okay, dann guck du nach hinten Und noch ein Raum Rezeption Und noch eine Treppe runter Vielleicht ist er runtergegangen Komm her, Digger Da Ah Das bist du, Alter Da ist noch jemand Bring ihn um Aber hier hat's jemand verpisst Durch die Tür Ey, der Timer ist weg Wir können uns jetzt in Ruhe fortbewegen Echt, ist er weg? Ja Okay, dann checken wir Weil hier muss definitiv einer sein Weil der sich irgendwo hierhin verpisst Okay Ich nehme mal die Frau hier fest Den Manager Den lass ich jetzt hier nochmal Also Ich meine wir müssen jetzt runter Hier gibt's noch ne Tür Ich weiß nicht, ob ich die schon gecheckt hab Ähm Wir können auch hier lang Wo bist du denn? Ich bin immer noch hier Da Du siehst mich jetzt Ach da Ja Gehen wir runter? Weil ich nun den Penner fest Okay Und er ist ein Knoppers Nun den mal fest Ich esse Knoppers Wenn er sich lässt Ja Alter, wenn wir das jetzt verkacken Kann man hier irgendwie speichern oder so? Nee Okay Okay, langsam jetzt Vorsicht Ich schau links bei dir Schau du rechts Hier ist eine Zivilperson Rechts habe ich jemanden gehört Rechts okay Alter, wir sind hier in dieser Tiefgarage, gell? Ja, also hier ist eine Tür Ich schau mal hier um die Ecke Da ist jemand Da ist jemand Langsam, langsam Schön langsam, Dinger Da hat sich jemand verpisst Verpisst? Wohin? Da hinten raus Hinten raus Da mach ich hier mal nen Türkeil rein Ist da sonst niemand? Nee Okay, ich mach hier nen Türkeil Dass er nicht von hinten kommen kann Ist drin? Okay Haben wir sonst noch irgendwo ne Tür? Die hier hinführt zu uns Nee, nur noch die Treppe Ich nehm die Frau fest Also die Treppe davon, wo wir kamen Genau Sonst ist hier nichts mehr Okay Warte, ich nehm noch die andere Frau fest Guck schon mal mit Dings Ob die starb Keine Angst, Lady Es gibt keine Bomben mehr Okay Ich seh nix, das ist dunkel Verdammt Also er kann links, rechts sein Warte, hab ich noch ne Flashbang Ich hab noch ne Flash, Digger Magge? Soll ich die werfen? Hm? Warte, ich spreng mal die Tür Ja Und du schmeißt von der Ecke die Flashback Ja Warte, ich seh die Tür gar nicht Leuchte mal da hin Kann ich leuchten Ich leuchte kurz Okay Alles klar, ich bin bereit Geh am besten irgendwie so weit wie möglich weg, weißt du? Ja Dann Okay Warte Ich mach 3, 2, 1 Ja Dann drück ich los Und dann nochmal 3, 2, 1 Okay Also 3, 2, 1 3, 2, 1 Los Okay, rein da Ist niemand Okay, hier ist noch ne Tür und oben Ich deck oben Du kannst ja mit Opti-Stab gucken Warte, ich mach die Tür zu Die geht Die geht nicht mehr zu, Alter Gesundheit Gesundheit Scheint leer zu sein Rita Winston müssen wir auch retten Alle Zivilpersonen retten und Situation klären Die sind wahrscheinlich irgendwo oben Okay Dann gehen wir jetzt hier Situation klären ist ja die ganzen Terroristen abknallen Ja Ja, mach mal Gehen wir jetzt hier durch Da dürfte eigentlich frei sein Siehst du jemanden? Ne Ich hab glaub ich jemanden gehört Aha Ich stürme Also links und rechts Ich stürme rechts Dann geh ich links Auf geht's Los Da ist jemand Wo? Da Erledigt Ja Okay Hier ist noch ne Tür Noch jemand Erledigt Oh, war das knapp Du hast den abgeschoben Hier ist noch ne Tür Gab's da hinten noch was? Die ist ja mit Kyle Stimmt Okay, dann gehen wir da lang Oben Also fehlt nur noch Wir müssen jetzt hoch Ganz hoch oder was? Ne, ganz oben waren wir schon Die mittlere Etage Die Hände hoch Los doch Ganz oben waren wir schon Ja Und den Heinz hier fest Ja Welch ist denn jetzt die mittlere Etage? Mittlere ist die auf dem wir jetzt sind Die hier, okay Langsam, ne? Chill, Digga Aber das ist doch auch schon durchgelaufen Müssen wir nochmal durchschauen Da ist noch ne Zivilperson Ich weiß nicht wer das ist Wo? Hier oben Siehst du sie? Ja Okay Laufen wir hier durch die Tür, ne? Ja, hier kann man ja gar nicht runterfallen Meeting Ich schau mal Da dürfte eigentlich nix sein Aber irgendwo hat sich hier einer durchverpisst Also der muss hier irgendwo sein Also ich seh hier ne Leiche Also hier waren wir auf jeden Fall schon mal drinnen Lass da durchgehen Dann kommen wir auf die andere Seite des Abgrunds Zwei Terrorister Hier lag noch ne Waffe rum So und jetzt, wo lang? Okay, hier ist der Startraum Gehen wir nochmal hoch, he? Hier ist ne offene Tür Da ist keine Tür weiter Da ist jemand Erledigt Das war der Wo war der? Hier irgendwo, gell? Geradeaus da Der sich noch bewegt Nein Nein, das war Ich hab den schon gefesselt gehabt Er ist gestorben, Alter Okay, warte Ich schließe die Tür hinten Er ist gestorben Du bist cool Ja, er hat noch gezittert Hm Okay, hier ist Regulation Waren wir schon im Regulationsraum? Hier gibt's noch ein paar Räume Hier sind offene Türen und so Regulation waren wir, ja Hier geht noch ein Gang entlang Was ist hier? Da ist noch jemand Hier Ich hab doch gemeint Da war jemand, Digga Wo denn? Rechts, 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 rechts Da Leerts links von dir Genau, da rechts rein Direkt um die Ecke War einer Da Und mich hat hier gerade Oder einer erschossen Da Guck, hier waren wir noch nicht drin, Digger Doch Guck Stimmt Stimmt Da hat sich der Wichser nämlich hierhin verpisst Na super Alter Okay Ähm Situation ist geklärt Jetzt rette Rita Winston Und alle Zivilpersonen Dann haben wir es geschafft Na wo war die Tussi? Ähm Eine Bombe legen und verschwinden Ich schau mal Kannst du hier suchen Ja hier ist die Da ist sie Genau das ist die Filialleiterin hier So wie kriegst Wie kriegst du sie jetzt nur dazu Dass sie sich ergibt Jetzt hast du sie Du hast sie Oh Gott Jetzt alle Zivilpersonen retten Letzte Also Letzter Quest Ja und wo sind die Alle Zivilpersonen Ach da unten im Keller Im Keller waren noch welche Und äh Lauf mal hier gerade aus Den habe ich schon genommen Äh Da war noch Aber noch irgendwo oben So eine Tussi Weißt du noch Wo denn Zeig mal Geh mal durch das Loch Ach im Kitchen glaube ich Und da stand noch eine So am Abgrund Hier ist auch noch jemand Ja Pfefferspray Ich bin sofort wieder da Digger Mach weiter Okay Ich bin nur kurz Auf Toilette Ich bin doch Ich bin doch Zeit Ich bin doch Und da Ich bin doch Ich bin doch Das können Sie nicht. Das können Sie nicht. Wie läuft's? Abgeschlossen. Wir haben's geschafft. Hallo? Ja, Mann. Alter, alter. Mission 1 abgeschlossen, Alter. Wie mache ich hier jetzt beenden? Normal ins Menü gehen und dann... Einstellungen? Nee. Surface Setup. Yeah, das war krass. Vorhang ist es werden der Schoen der Schoen, gerade aus,